Fast! Als Physiker spricht man natürlich leichter mit Physikern als mit Nicht-Physikern und ich weiß natürlich nicht, wie weit ihre Vorbildung sozusagen ist, dass sie, ja, ist natürlich immer so am Anfang, ist ein allgemein verständliches Kapitel und dann wird es natürlich gegen Ende hin immer spezieller und vielleicht ein bisschen unverständlicher. Ja, das Thema lautet Ästhetik in der Physik. Ästhetik sehen wir einerseits in der Schönheit der Natur, andererseits sehen Physiker natürlich auch Schönheit in den Gesetzen. Also das sind so die zwei Themenbereiche, um die es da geht. Ja, ich weiß nicht, wie gut Sie die Bilder sehen, leider. Also es ist ein bisschen wach. Da sehen Sie natürlich sehr schöne Kristalle. Also es sind in dem Fall Schneekristalle und da haben Sie sicher schon viele schöne Bilder von Schneekristallen gesehen in verschiedenen Zuständen, ein bisschen geschmolzen oder ganz in der kühlen Luft. Und das ist natürlich die Schönheit, die uns da gefällt, ist natürlich irgendwo mit Symmetrie verbunden. In dem Fall ist das eine sechszählige Symmetrie, die wir da im Zentrum sehen. Wissen Sie es hinten? Hören Sie mich ganz gut oder soll ich noch lauter reden? Wie ist das? Passt schon. Passt. Ich habe sonst kein Problem, noch ein bisschen lauter zu reden. Ja, da gibt es natürlich auch schöne Kristalle, ein Bergkristall. Auf der linken Seite rechts ist eine Kristallkette, die zugeschliffen ist. Und auch hier sehen wir wieder ganz spezielle Symmetrien drinnen. Woher kommen diese Symmetrien? Physiker haben natürlich erhört, woher diese Symmetrien kommen. Und die kommen vom inneren Aufbau eines Kristalls. So einen inneren Aufbau kann man hier sehen, mit einer Röntgenröhre aufgenommen. Sie sehen da auf der linken Seite eine Röntgenröhre. Da werden Elektronen beschleunigt. Und die Elektronen treffen von einem Stift, von der Kathode, fliegen die zur Anode und werden dort auftreffen. Atome anregen und die angeregten Atome geben ihre Energie dann mit Röntgenstrahlung ab. Und diese Röntgenstrahlung, die geht dann darüber, über eine Blende, damit man so einen fokussierten Strahl hat, und geht dann auf eine Probe. Und in dieser Probe könnte zum Beispiel so ein Kristall sein, den ich Ihnen gezeigt habe. Und die Regelmäßigkeit des inneren Aufbaus zeigt sich jetzt, dass diese Lichtstrahlen, diese Röntgenstrahlen, muss man sagen, die sind natürlich unsichtbar, aber verwandt natürlich mit Licht, dass diese Röntgenstrahlen nur in ganz bestimmten Richtungen abgelenkt werden. Man kann sich da vorstellen, da gibt es also Atome, die in einer Ebene liegen. Und wenn jetzt der Röntgenstrahl da kommt, wird der an dieser Ebene reflektiert, wenn man sich das einfach vorstellt. Und da kann man also auf diesen Punkten, die dann auf dem Schirm entstehen, hier auf diesem Schirm, kann man dann zurückschließen, wo die Atome gelegen sind. Ja, hier sieht man ganz schwach ein Foto rechts, wie die Röntgenstrahlen aufgetroffen sind. Also als Physiker und auch die Mathematiker können natürlich daran zurückrechnen, wie die Atome in diesem Kristall drinnen liegen. Und da stellt man also fest, in so einem schönen Einkristall, wie über dem Bergkristall, wie wir gesehen haben, dass da wahnsinnig viele Atome ganz regelmäßig nebeneinander liegen. Man kann sich ausrechnen, wie viele das sind. Wenn Sie die Avogadro-Konstante kennen, dass ein Mol eines Stoffes 6 mal 10 hoch 23 Atome enthält, wenn Sie sich ausrechnen, wenn Sie so einen Bergkristall haben, ich weiß nicht, wie viel Gramm wird der haben, Sie haben auch 100 Gramm. Ja, und wenn Sie dann 20 Gramm wären vielleicht 6 mal 10 hoch, wenn man Calcium rechnet, ja, 40 Gramm wären dann ein Mol ungefähr, also 6 mal 10 hoch 23 Atome, dann sind das also ungefähr 10 hoch 24 Atome, die da regelmäßig nebeneinander liegen. Eine Zahl, die sich kein Mathematiker oder kein Physiker vorstellen kann, diese riesigen Zahlen können wir uns nicht vorstellen, wir können immer nur Vergleiche machen. Wir können einen Vergleich machen zwischen 4 mal 10 hoch 23 und 10 hoch 24, das verstehen wir noch, aber die hohen Zahlen verstehen wir natürlich nicht. Da sind so wahnsinnig viele Atome drin, dass man sich eben nicht vorstellen kann. Und die sind alle regelmäßig nebeneinander. Ja, ganz schlecht zu sehen, leider, aber ich kann da leider nichts machen. Links sehen Sie einen vergrößerten Natriumchloridkristall, das ist ein kleines Salzkristallchen, das da größer dargestellt ist und wie man sieht, wieder das schöne Würfelchen. Und jetzt kann man schauen, woher kommt das? Die Atome sind eben Würfelbörben angeordnet. Salz ist NACL, also da sind regelmäßig, ich meine, schon da mit Schule lernt, NACL, NACL, schön nebeneinander. Also rechts ist da ein Modell eines Kristallgitters gezeigt, leider sehen Sie das nicht gut. Ja, da gibt es natürlich andere Symmetrie, also links ist ein Fußball, der hat auch eine schöne Symmetrie. Also es sind 5 Ecke und 6 Ecke in diesem Falle. Ja, rechts sehen Sie solche 5 und 6 Ecke in der Natur. Also ein Fußball ist sozusagen ein Modell eines solchen Polarens, wo Kohlenstoffatome in einer Kugel beisammen sind. Und ja, Buckyball, glaube ich, heißt er auch. Und diese Moleküle sind auch interessant, weil in ihrem Inneren andere Atome aufbewahrt werden können. Ja, es gibt noch andere Symmetrien, die uns gefallen. Also wenn wir da ein kleines Schälchen mit Öl nehmen und dieses Öl erwärmt wird von uns. Ja, dann kommt schon langsam irgendwas in Bewegung, bevor es richtig zu sieden beginnt. Und da sieht man, wenn Sie genau hinschauen, so ein Sechseckmuster, das da entsteht. Da gibt es Zellen, wo die Flüssigkeit aufsteigt, also unten wird erwärmt, die Flüssigkeit steigt auf und muss irgendwo wieder hinunterkommen. Und da bilden sich solche Zellen aus. Nach Bernhard werden die Bernhard-Zellen genannt. Da ist alles schwer zu sehen, das ist schlimm. Leider. Ich habe gefragt, ob man das hier sieht, aber... Also in diesem Bild ist gezeigt, wie der Fluss erfolgt. Dass da an einer Stelle das hinaufströmt und an anderen Stellen wieder herunterkommt. Da spielt natürlich auch der Zusammenhang zwischen den Molekülen eine Rolle, wie eng die beieinander sind. Wie groß diese Ströme und diese Zellen sind, die aufsteigen und wieder herunterkommen. Das führt eben dazu, diesen Sechseckmuster, das wir bei diesen Bernhard-Zellen zuerst gesehen haben. Solche Bernhard-Zellen gibt es auch im Erinneren. Auch dort wird ja die Erde im Inneren erwarten. Und da steigt auch das Magma nach oben und muss irgendwo wieder nach unten kommen. Da wundert man sich natürlich, warum die Erde immer noch warm ist. Also ich habe mich da lange gewundert und war dann einmal auf einer Insel in Island, südlich von Island. Und da war fünf Jahre vorher ein Vulkanausbruch. Und da hat man die Asche gesehen, die Vulkanasche. Und da hat man ein paar Zentimeter hinuntergegraben. Da konnte man Eier hinuntergeben und die sind dort zu harten Eiern geworden. Also dieses Magma, oder nein, diese Asche, die ist gut isolierend und ein großes Volumen. Und da ist immer noch nach vielen Jahren noch die Wärme gespeichert gewesen, sodass man dort Dinge kochen konnte. Ja, das ist der eine Grund, warum die Erde im Inneren warm ist, weil sie so riesig groß ist, ein riesiges Wärmereservoir. Und trotzdem strahlt die Erde Wärme ab und die Wärme muss irgendwo herkommen und die kommt vom radioaktiven Zerfall. Im Inneren der Erde gibt es immer noch Uran- und Thoriumisotope in gringer Menge verteilt. Und diese Uran- und Thoriumisotope machen einen radioaktiven Zerfall und geben dabei Wärme ab. Und diese Wärme ist der Grund dafür, dass die Erde im Inneren immer noch flüssig ist. Und da steigen also solche Ströme aus Magma auf und in solchen Ganatseln und gehen wieder hinunter unter den Kontinenten und Ozeanen. Das ist hier unten gezeichnet. Und die treiben natürlich auch, weil da steht der mittlere ozeanische Rücken im unteren Mikkel uns vielleicht diesen Mid-Ocean Ridge. Das ist zwischen Europa und Afrika auf der einen Seite und Amerika auf der anderen Seite eben der mittel-ozeanische Rücken ist. Und dort werden die Platten, die ozeanischen Platten, durch dieses Magma, das da fließt, auseinandergetrieben. Und auf diese Weise wandern die Kontinente auseinander. Ja, also Symmetrien muss man unterscheiden zwischen kontinuierlichen Symmetrien und diskreten Symmetrien. Kontinuierliche Symmetrien ist etwas, wenn man etwas lang bewegen kann, also alle Stellungen dazwischen einnehmen kann. Diskrete Symmetrien sind Symmetrien, wo irgendeine Schrittgröße vorliegt, wie zum Beispiel zwischen den ganzen Zahlen. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre also eine diskrete Symmetrie, wenn eine Symmetrie zwischen den Zahlen vorliegt. Und eine kontinuierliche Symmetrie, wenn man alle Zahlen nimmt, also alle gebrochenen, alle rationalen und alle irrationalen dazwischen. Und die auch an der Symmetrie mitmachen, dann wäre das eine kontinuierliche Symmetrie. Hier sehen Sie Beispiele für diskrete Symmetrien. Auch Kristalle waren Beispiele für diskrete Symmetrien. Da sehen Sie oben einen Schmetterling. Und da gibt es eine Symmetrieachse, eine zweizählige Symmetrie, eine Spiegelebene. Dann drunter ist so ein, in der Mitte ist so ein Rad gezeichnet. Ein Bild eines Rades. Man sieht da leider wenig. Das ist ein regelmäßiges Viehleck. Da sieht es vielleicht eine zwölfzählige Symmetrie. Ein drittes Bild ist hier ein Kristallgitter wieder gezeichnet. Und da gibt es eben auch diskrete Symmetrien. Einerseits eine Verschiebungsymmetrie, eine Translationssymmetrie und andererseits natürlich eine Rotationssymmetrie um die Zellen. Bei kontinuierlichen Symmetrien kann also die Transformation, die Veränderung in beliebig kleinen Schritten erfolgen. Eine solche Symmetrie ist zum Beispiel die zeitliche Verschiebungstranslationssymmetrie. Die physikalischen Gesetze sind zeitunabhängig. Das heißt also, ein Gesetz, das heute gilt, gilt genauso morgen. Also wenn ich einen Stein heute fallen lasse, fällt der genauso schnell hinunter wie morgen, wenn sich nicht die Erde inzwischen verändern würde natürlich. Also Massen ziehen einander an und dieses Gesetz, das Massen einander anziehen, wird heute noch genauso gelten wie morgen. Man nennt es eine zeitliche Translationssymmetrie. Also die Physik heute wird dieselbe sein wie die Physik morgen. Die Natur kann sich natürlich inzwischen verändern, der Zustand der Natur. Aber die Gesetze, die den Zustand beeinflussen, die bleiben geil. Ja, dann gibt es natürlich eine räumliche Symmetrie, eine räumliche Verschiebungssymmetrie. Ob ich einen Versuch, wie zum Beispiel dieses Experiment, das ich da aufgebaut habe, auf diesem Tisch vorführe oder auf dem anderen Tisch, das Ergebnis wird das gleiche sein, wenn ich die gleichen Aktionen vornehme. Ja, das wäre eine räumliche Translationssymmetrie. Also die Physik da und die Physik dort ist das gleiche. Ja, und dann gibt es auch Geschwindigkeitsveränderungen, die möglich sind. Also ich kann ein Experiment hier durchführen und kann mich in ein Flugzeug hineinsetzen, das mit konstanter Geschwindigkeit fliegt, oder in einen Zug hineinsetzen, der mit konstanter Geschwindigkeit fährt. Und die Vorgänge, die Instrumente, die ich durchführe, werden gleich ausschauen. Das nennt man die Räume, die eine Transformation, eine Geschwindigkeitstransformation, oder in der Relativitätstheorie wird das Lorenztransformation genannt. Also die Naturgesetze sind invariant gegen solche Geschwindigkeitstransformationen. Ja, und diese Symmetrien, die bilden Gruppen, die folgen ganz einfachen Gesetzen, die man Gruppen nennt. Das sind die einfachsten Gesetze, oder fast die einfachsten Gesetze, die man sich vorstellen kann, die Sie schon von Zahlen kennen. Da wissen Sie, wenn Sie zwei Zahlen addieren, 3 und 5, wissen Sie, dass wieder eine ganze Zahl herauskommt. Oder wenn Sie zwei ganze Zahlen miteinander multiplizieren, 3 mal 5, wissen Sie auch, dass wieder eine ganze Zahl herauskommt. Das ist dieses erste Gesetz, das da gilt. Also G1 mal G2, das Ergebnis ist wieder ein Element dieser Gruppe, dieser Menge an Zahlen. Ja, und dann kann man, jetzt wissen wir, dass 3 mal 4 mal 5, muss ich irgendwie was zuerst multiplizieren, zuerst 3 mal 4 oder 4 mal 5, und wir wissen, das Ergebnis ist das Gleiche. Wenn ich 3 mal 4 zuerst rechne und dann mal 5, muss ich zuerst 3 mit 4 mal 5, also mit 20, multiplizieren. Das ist das zweite Gesetz, das sogenannte Assoziativgesetz, für die Physiker ist nicht echt langweilig, wenn Sie die Mathematik, aber was ich Ihnen da erzähle. Ja, und dann gibt es noch eine Einheitselement bei der Addition, ist das die Zahl 0, und bei der Multiplikation ist das die Zahl 1. Und dann gibt es bei solchen Gruppen noch ein inverses Element, wo ich die Operation rückgängig machen kann, also zur Zahl 3, die ich addiere, jetzt eine Zahl minus 3, wo ich die Addition von 3 wieder aufheben kann. Also sind die einfachen Gesetze, die wir uns vorstellen können, und diese Symmetrien erfolgen eben, solche Gesetze, die man die Gesetze einer Gruppe nennt. Da hat es um 1910 herum eine berühmte Mathematikerin gegeben, die Emmy Noether, die gesagt hat, mit solchen Symmetrien, wenn das kontinuierliche Symmetrien sind, sind erhaltene Größen verbunden. Da meine ich damit, wenn ich eine Größe erhalten ist, eine Größe, die konstant ist. Also wenn es jetzt eine zeitliche Symmetrie gibt, wie ich Ihnen gesagt habe, die Gesetze heute sind die gleichen Gesetze wie morgen, dann gibt es irgendwas, was sich nicht verändert. Und das, was sich nicht verändert, ist in diesem Fall die Energie. Also wenn ein System translationsimperant in der Zeit ist, dann ist Energie erhalten. Wenn es translationsimperant im Raum ist, dann ist die Geschwindigkeit mal die Masse erhalten, da ist der Impuls erhalten, also sozusagen wie stark sich der Körper bewegt, ist erhalten. Also Erhaltungsgrößen sind etwas, was wir ja ganz gerne mögen. Da können wir darauf vertrauen. Das Verhalten meiner Frau ist hoffentlich auch konstant. Also wenn ich heute nach Hause komme, hoffe ich, dass sie genauso freundlich ist, wie wenn ich gestern nach Hause gekommen bin. Und dass sie sich genauso erwarten kann, wie gestern. Also es ist für die Physiker, natürlich für die Mathe-Werker und die Regeln leben und die Läste sehr angenehm, wenn es Dinge gibt, die konstant sind, die sich nicht verändern. Und es ist auch schön, wenn sie manchmal etwas verändert, wenn sie heute lieber ist als es. So, ah, falsch heute. Ja, da steht es jetzt doch einmal geschrieben. Es gibt also eine zeitliche Translationssymmetrie, die führt zur Energieerhaltung, die räumliche Translationssymmetrie führt zur Impulserhaltung, die räumliche Rotationssymmetrie führt zur Drehimpulserhaltung. Ja, die Drehimpulserhaltung merken wir natürlich in der Astronomie sehr gut. Also die Sonne geht morgen genauso auf wie heute, weil die Rotationsgeschwindigkeit nicht der Sonne, sondern der Erde erhalten ist. Also die Erde rotiert und wir wissen, sie rotiert morgen genauso wie heute. Und die Erde ein bisschen verändert sich natürlich, wissen wir, in ein paar Jahren, 100 Millionen wird die Erde langsamer rotieren, aber da wissen wir auch, woher das kommt. Das kommt also durch äußere Einschlüsse, die auf die Erde wirken. Zum Beispiel durch den Mond, der durch Eppe und Blut die Erde ein bisschen bremst. Ja, und wir wissen, es kommt jetzt der Sommer und der kommt heuer genauso bestimmt wie letztes Jahr. Ja, also es gelten morgen dieselben Naturgesetze wie heute. So, Sie sehen hier nicht die Sternbahnen. Also diese Gesetze, die ich Ihnen gerade gesagt habe, die hat man natürlich als erstes im Verhalten der Sterne beobachtet. Ja, und wenn Sie einen Fotoapparat nehmen, das ist hier auch aus dem Internet genommen, Sie sehen unten die Adresse, ganz klein gedruckt. Da hat man also ein Foto in der Nacht von einem Sternenhimmel gemacht und den Verschluss längerer Zeit offen gelassen. Also links 30 Minuten, in der Mitte eine Stunde und rechts 2,5 Stunden. Und was sehen Sie da? Wenn Sie die Kamera ruhig halten und festhalten, sehen Sie, dass sich die Sterne im Laufe einer Nacht bewegen, Kreisbögen beschreiben. Ja, bei 30 Minuten ist der Kreispunkt natürlich ein bisschen kürzer, da sieht man kurze Striche. Bei einer Stunde und 2,5 Stunden sieht man da die Länge. Und da wissen wir, dass also in 24 Stunden sich die Sterne einmal auf einem Kreis herumbewegen. Und Sie wissen auch, was der Mittelpunkt des Kreises ist. Der Mittelpunkt des Kreises ist der Polarstern. Ja. Das wären, also der Sternenhimmel dreht sich. Und wenn man so zur Kamera jetzt eine Augenblicksaufnahme macht, dann sieht man, dass es Sterne gibt, die sich, also die, dass sich alle Sterne gleich schnell drehen. Also die drehen sich gleich schnell herum und dann kann man die Sternbilder sehen. Das bekannteste Sternbild ist der große Wagen. Und wenn Sie zur Zeit am frühen Abend oder um 10 Uhr in den Zenit schauen, sehen Sie im Augenblick den großen Wagen. Und der große Wagen ist ja deshalb bekannt, weil man von der Teichsl fünfmal verlängert zum Polarstern findet. Uns Stadtbewohner ist natürlich der Himmel nicht mehr so eindrucksvoll, wie er in früheren Zeiten gewesen ist oder wie er in der Wüste ist. Ich war einmal im Süden von Jordanien, in der Wüste, haben wir da übernachtet, auf einem harten Felsen und da hat man Zeit gehabt, den Himmel zu beobachten. Da habe ich erstmals gesehen, was wirklich die Milchstraße bedeutet. Dass das wirklich ein Band von Sternen ist, das sich am Himmel entlang zieht. Und da kann man also die Sternbilder sehr schön sehen, unter anderem eben den großen Wagen. Und ja, was man zur Zeit sehen kann, ist im Westen den Jupiter. Der ist, ja, da gibt es, da ist ja den Punkt, den Sie da sehen, das ist der Jupiter. Also hier ist Süden unten, dann Norden oben, im Westen ist hier drüben, da sieht man hier einen Punkt, das ist der Jupiter. Also wenn Sie zum Westen, nach Westen sind, sehen Sie einen neuen Stern, das ist der Jupiter. Der Jupiter ist verschieden von allen anderen Sternen oder von vielen anderen, mit den meisten anderen Sternen, weil er ein Planet ist. Ein Wanderstern, der wandert am Himmel herum. Also das Sternbild, die Fixsterne sind fix, wie der Name sagt, nun gibt es einige Sterne, die da herumwandeln, die Wandersterne oder Planeten. Und die beschreiben Bahnen in diesem Himmels, ja, Bild des Himmels. Und das hat natürlich die Leute im Altertum schon gewundert, woher diese Bahnen kommen. Wie kann man denn diese Bahnen erklären? Und jetzt kommen wir also schnell langsam in den Bereich der Gesetze. Und da finden ganz komische Bewegungen statt. Das sehen Sie, Gott sei Dank, das ist also die Bahn, vielleicht das Jupiter. Und was Sie da sehen, ist, wenn der am Fixsternmimmel, da sieht man, als er es schwarz ist, der Fixsternmimmel, dass der Jupiter da ganz komische Bahnen macht. Und zwar sehen Sie hier, da macht es eine Schleife. Was haben die Leute damals gemacht? Sie haben versucht, diese Bahnen zu beschreiben und haben halt geschaut, wo gibt es sonst solche Bahnen. Und da haben Sie gesehen, dass solche Bahnen, das ist wieder sehr schlecht zu sehen, zustande kommen, wenn auf einem Kreis, hier sollten Sie einen Kreis sehen, wenn auf einem Kreis ein anderer Kreis abrollt. Dann gibt es sogenannte Epizyklen, wenn auf einem Kreis, ein kleinerer Kreis abrollt und ein Punkt jetzt auf diesem Kreis betrachtet wird, wandert der Punkt natürlich von oben nach unten und macht genau solche Schleifen, wie wir sie gesehen haben. Ein bisschen was sehen Sie davon, von diesen Schleifen. Also haben die die Ideen gehabt, die Planeten sind deshalb, machen die solche Bewegungen, weil da irgendwelche Kreise am Himmel sind, die aufeinander abrollen. Und diese Figuren, die da entstehen, die nennt man eben Epizyklen. Also diese Verbotung stammt schon aus dem dritten Jahrhundert vor Christus von Apollonius. Er hat das vermutlich gemacht, diesen Vorschlag, dass das so abrollende Kreise sind. Ja, man hat damals natürlich gedacht, die Erde ist im Zentrum des Universums und die Erde steht im Mittelpunkt der Planetenbewegung. Ja, hier rechts sehen Sie eine Scheibe, wo diese Epizyken nachgebildet sind. Da dreht sich auf einer Scheibe im Inneren, Sie sehen vielleicht die kleine Scheibe im Inneren, dreht sich außen eine halb so große Scheibe und da entsteht nach dem dritten Umfang eine Scheibe, die diese dreifachen Epizyken beschreibt. Also da hat man, das kann man im Modell direkt nachbauen. Ja, dann hat es also den Herrn Teppler gegeben, der aufgrund des Vorschlages schon von Kopernikus, dass nicht die Erde im Zentrum des Universums steht, sondern die Sonne im Zentrum des Universums steht, hat er drei Gesetze vorgeschlagen, mit denen die Planetenbewegung beschrieben. In der Mittelschule lernt man das, die drei Gesetze sind, also dass die Planeten sich auf Ellipsen bewegen. Die Ellipsen weichen meist nur sehr wenig von der Kreisbahn ab, also die Erde hat nur eine sehr geringe Abweichung von der Kreisbahn. Im Übrigen, wenn ich Sie frage, wann ist die Erde der Sonne näher, wann ist sie am nächsten, was würden Sie antworten? Hoffentlich nicht im Sommer, die Erde ist nämlich im Winter der Sonne am nächsten und die Wärme kommt von der Einstrahlung, vom Einstrahlungswinkel und nicht von der Entfernung. Ja, das erste Gesetz, das zweite Gesetz, wenn man einen Strahl von der Erde, von der Sonne zum Planeten gibt und schaut, wie sich dieser Strahl bewegt, so überstreicht er eine Fläche und dieser Strahl überstreicht in gleichen Zeiten die gleiche Fläche. Das hängt mit der Rotationssymmetrie zusammen, mit der Drehimpulserhaltung, so beschreiben wir das heute, dieses Flächengesetz von Kepler. Und das dritte Gesetz ist, dass die Quadrate der Umlaufzeiten sich gleich verhalten wie die Kugen der großen Halbachsen der Ellipsen. Also wenn Sie die Umlaufzeiten von Jupiter wissen, wie lang ein Jahr am Jupiter ist und ein Jahr auf der Erde, können Sie es so zurückrechnen, wie sich der Abstand des Jupiter zum Abstand der Erde von der Sonne verhält. Also es sind drei einfache Gesetze, die Heppner aufgestellt hat, um die Planetenbewegung zu beschreiben. So, sind diese Gesetze erfüllt? Nein. Die Gesetze sind nur näherungsweise erfüllt. Zwar sind sie nur näherungsweise erfüllt, weil hier so getan ist, als ob sich jeder Planet einzig und allein um Sonne allein bewegt. Und es gibt sonst nichts im ganzen Universum, außer die Sonne und diesen Planeten. Die anderen Planeten stören die Bewegung der Erde. Ja. Und da gibt es hochgradig instabile Zustände. Wenn Sie Planetensysteme im Universum anschauen, heute kann man ja schon weit hinausschauen und unsere Planetensysteme beobachten, da stellt man fest, dass junge Planetensysteme viele Planeten enthalten. Und alte Planetensysteme enthalten nur mehr wenige Planeten. Woher kommt das? Das kommt von Resonanzeffekten. Was passiert da? Also stellen Sie sich vor, die Erde kreist um die Sonne herum und da draußen ist der Jupiter, der ist riesig groß im Vergleich zur Erde. Und jedes Mal, wenn die Erde an Jupiter vorbeiläuft, zieht der Jupiter die Erde ein bisschen an. Die Erdbahn wird infolgedessen ein bisschen elliptisch. Und wenn jetzt nächstes Jahr die Erde wieder am Jupiter vorbeikommt, zieht der Jupiter wieder die Erde an. Und das kommt jetzt auch an, wenn die Erde jetzt gerade wieder nahe am Jupiter ist, dann wird sie noch ein bisschen näher gezogen. Und das passiert jedes Jahr. Und so wird auf Dauer die Bahn Erde ziemlich verformt. Und irgendwann einmal kommt es zu einer raschen Bewegung, wo die Erde aus dem Sonnensystem hinausgeschleudert wird. Also Gott sei Dank, die letzten viereinhalb Milliarden Jahre ist das nicht passiert. Und so können wir hoffen, dass es auch die nächsten Milliarden Jahre nicht passieren wird. Also solche Resonanzeffekte kommen zustande, wenn sich die Zeiten, die Umlaufzeiten irgendwie ganz zahlig zueinander verhalten. Also, die Gesetze, die Kepler aufgestellt hat, sind keineswegs exakter füllt. Die Planeten bewegen sich nicht auf Ellipsenbahnen, sondern manierungsweise auf Ellipsenbahnen. Und trotzdem lernen sie heute in der Schule über die Kepler-Gesetze und nicht über die Epizykle. Woher kommt das? Das kommt daher. Weil wir die Epizykle nicht verstanden haben. Woher kommen die Epizykle? Da hat es Radien gegeben von Kreisen, die niemand verstanden hat, mit irgendwelchen Parametern, die man gut angepasst hat. Die Beschreibung war sehr schön. Man konnte sehr schön vorausbereichen, wie die Planeten nächstes Jahr wieder am, da sind wir heute am 7. Mai oder was, wo sich sie befinden. Kepler kann das nicht besser ausrechnen als die Epizykle. Aber die Gesetze sind halt viel einleuchtender, sind viel einfacher als die Epizykle. Kepler hat keine Parameter drinnen, die man nicht versteht. Und deswegen hat Kepler gewonnen. Ja, woher kommen jetzt die komischen Bewegungen, die ich Ihnen gezeigt habe, die Schleife, die der Jupiter macht? Das ist nichts anderes als eine Projektionsbewegung der beiden Bewegungen der Erde und des Jupiter. Sie sehen hier einen kleinen Kreis, sehen Sie die Erde, die auf einem Kreis um die Sonne läuft. Und Sie sehen in gleichen Abständen, jedes Monat wahrscheinlich, einen Punkt gezeichnet. Und außen läuft der Jupiter. Da sehen Sie auch in gleichen Abständen, das ist der zweite Kreis, der untere Kreis. Also es gibt einen kleinen Kreis, dann einen größeren Kreis. Also der größeren Kreis ist der Jupiter. Und da ist auch in einem Monat Abstand ein Punkt gezeichnet. Und jetzt schauen wir von der Erde zum Jupiter und haben einen Seestrahl. Und der Seestrahl wird auf die Himmelskugel projiziert. Und Sie sehen diese Geraden, die man da sieht. Zuerst ist die Gerade so geneigt, dann einen Monat später ist es so geneigt, dann ist sie so geneigt. Und Sie sehen jetzt, überholt dann die Erde den Jupiter. Und was passiert? Die Drehbewegung erfolgt jetzt plötzlich rückwärts durch diese Projektionsbewegung. Und weil halt die Bahnen nicht in derselben Ebene liegen, deswegen ist das halt auch nicht genau in einer Zick-Zack-Bewegung, sondern macht eine kleine Schleife. Und diese Schleife, die da zustande kommen, erklärt Kepler durch eine Projektionsbewegung. Also ganz einfach. Und wir brauchen keine Epizyklien, um das zu verstehen. Und da gibt es natürlich weise Aussagen von berühmten Physikern, die physikalisch Gesetze ausschauen sollten. Also ein physikalisches Geset soll mathematisch schön sein, also mathematisch einfach sein. Ja, Jukawa, der die Kernkräfte als erster verstanden hat, zu mir als zuteil verstanden hat, ein schönes Modell dafür aufgestellt hat, hat gesagt, im Prinzip ist die Natur einfach. Ja, Hermann Weil, also ein Mathematiker, der viel in der Physik auch geleistet hat, hat gesagt, eine mathematisch schöne Theorie ist eher richtig, als eine hässliche, die mit gewissen Versuchsergebnissen übereinstimmt. Ja, Steven Weinberg, der das Standardmodell der Teilchen Physik auch gestellt hat, hat also erzählt vom Traum, dass es sozusagen eine vereinheitlichte Theorie gibt, die unsere ganze Natur erklärt. Also es gibt Prinzipien, die, unsere Prinzipien beruhen auf tieferliegenden Prinzipien, die wir vielleicht noch nicht kennen. Ja, in der Geschichte hat es solche Vereinheitlichungen mehrfach gegeben. Also die bekannteste und erste war die von Michael Faraday, der uns gezeigt hat, dass Elektrizität und Magnetismus, zwei ganz verschiedene Erscheinungen, miteinander zusammenhängen. Sie sind zwei verschiedene Ausprägungsformen derselben Kraft, die im Hintergrund vorhanden ist. Ja, es gibt in der Natur zwei langreichhäutige Wechselwirkungen. Der eine ist das Elektromagnetismus, eine elektrische Ladung erzeugt ein Feld, dass es unendlich erreicht, wenn das alleine, so eine Ladung allein im Universum ist. Oder geht von einer positiven Ladung zu einer negativen Ladung. Die zweite Kraft, die über unendliche Distanzen wirkt, ist die Gravitation. Das kennen wir ja. Dass eben die Sonne bis zur Erde her wirkt, die 550 Millionen Kilometer reicht. Ja, und Einstein hat gehofft, dass man die Exideen und Magnetismus gemeinsam beschreiben kann. Das ist bis heute nicht gelungen. Ja, heute haben wir, wenn wir in die kleinsten Teilchen der Natur hineingehen, zur Teilchenphysik, haben wir ein sogenanntes Standardmodell, das alle unsere Experimente, die wir heute kennen, beschreiben kann. Also es gibt kein Experiment, das es heute aus dem Standardmodell widerspricht. Ja, zu diesem Standardmodell gehören Theorien wie die Elektrodynamik, die Quantenelektrodynamik, die von H. Faraday und Maxwell zurückgeht. Und dann gibt es die Theorie der starken Wechselwirkung, die in den 60er Jahren des folgenden Jahrhunderts entwickelt wurde. Die sogenannte Quantentromodynamik, die uns gezeigt hat, dass die Teilchen, die unsere Materie hauptsächlich ausmachen, Proton oder Neutronen, dass die aus Quarks bestehen, zwischen denen neue Kräfte wirken, die mit einer Eigenschaft dieser Teilchen zusammenhängen, die man Farbe nennt. Aber das ist keine Farbe im optischen Sinn, das ist eine Ladungseigenschaft, die die interessante Charakteristik hat, dass man drei dieser Ladungen zusammengeben kann und sie sich gegenseitig auslöschen. Im Gegensatz dazu beim Elektromatismus wissen wir, dass wir eine positive Ladung durch eine negative Ladung aufheben können. Und da ist es eben interessanterweise so, dass da drei Ladungen existieren, die nicht nur positiv und negativ sein können, oder sich dadurch auslöschen können, sondern die zusammengebracht, so wie Licht, einander auslöschen können. Wenn sie Licht, Blau, Rot und Gelb zusammengeben, in geeigneter Spektralfarbe, so können sie Weiß erzeugen, oder wenn sie das wegnehmen, können sie Schwarz erzeugen. Und es ist so gelungen, die Kräfte, die wir in der Natur kennen, außer der Gravitation, in diesem Standardmodell, zusammenzufassen. Das Problem ist, dass dieses Standardmodell 20 bis 30 Parameter enthält, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen. Die unterschiedliche Erzählung hängt damit zusammen, ob man ganze Zahlen auch mitnimmt. Zum Beispiel die drei Farben, von denen ich erzählt habe, woher kommt das, dass genau drei Quarkfarben existieren. Das ist sozusagen auch ein Parameter, wo das in der Natur einen dreidimensionalen Raum enthält. Auch das ist sozusagen eine ganze Zahl. Also es gibt ungefähr 20 kontinuierliche Zahlen, also reelle Zahlen, die dieses Standardmodell beschreiben, in die man in dieses Standardmodell hineingehen muss, und ungefähr 10 ganze Zahlen, von denen man nicht weiß, woher die kommen. Die die Massen der Teilchen, aus denen die Natur besteht, ausmachen. Also Brot, Neutron, Elektron, oder Upquark, Downquark und Elektron. Ja, hier habe ich Ihnen ein Bildchen gezeigt, wo man diese Teilchen geordnet hat, die man heute als die fundamentalen Teilchen der Natur ansieht. Sehen Sie in der ersten Zeile, blau, sechs Teilchen, sechs Kästchen, für die sechs Quarks, die man gefunden hat. Links steht ein U und ein D, das Upquark und das Downquark. Die bauen unsere Natur, die wir sehen, auf, mit Protonen und Neutronen. Also jeder von uns hat eine Masse, und die Masse besteht zu 999,75 Promil aus Protonen und Neutronen. Die Elektronen machen ja sehr wenig aus. Wir bestehen hauptsächlich aus diesen Up- und Downquarks, wenn wir so wollen. In angeregten Zuständen von Atomen und Atomkernen, von Nukleonen, Protonen und Neutronen, wenn man die beschießt, dann kann man andere Quarks erzeugen. Das Strange-Quark, das Jump-Quark, das Top-Quark und das Bottom-Quark, die wir mit C, S, T und B bezeichnet sind. Ja, dann gibt es noch Teilchen, die nicht die starke Wechselwirkung, die in den Atomkernen auftritt, ausmachen, sondern die die elektronische Wechselwirkung nur spüren und eine schwache Wechselwirkung, die wir bemerken als Zerfall von Atomkernen im Beta-Zerfall. Und das sind die Elektronen und die Neutrinos. Also das dritte Teilchen, das uns in der Natur aufbaut, ist neben Proton und Neutron, ist das das Elektron. Die Neutrinos sind ganz geheimnisvolle Teilchen, die von Wolfgang Pauli im Jahr ungefähr 1953 postuliert wurden. In einem Brief hat er diesen Vorschlag geäußert und hat er auch gleich dazu geschrieben, dass man diese Teilchen nie finden wird, weil die so geheimnisvoll sind und so wenig mit der übrigen Natur wechselwirken. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, diese Teilchen kann man ja durch Materie durchschicken. Also die durchstrahlen die Erde ohne jedes Problem. Die durchstrahlen sogar die Sonne ohne jedes Problem. Die entstehen in der Kernfusion in der Sonne, entstehen diese Neutrinos in großen Mengen. Und die sind innerhalb von 500 Sekunden bei uns angelangt. Die gehen also aus dem Sonneninneren heraus, durchstrahlen die Sonne in zwei Sekunden, sind die heraus, das ist das Sonnenbuchmesser, Sonnenradius, das sind zwei Lichtsekunden, also die kommen in Lichtgeschwindigkeit heraus und sind nach 500 Sekunden bei uns. Und so können wir heute sehen, dass die Sonne im Inneren noch arbeitet, dass die Energie erzeugt im Inneren. Während die Wärme, die aus der Sonne herauskommt, die braucht viele Millionen Jahre, bis sie aus dem Inneren, wo sie erzeugt wird, die Oberfläche kommt und dann als Wärmestrahlung zu uns kommt. Also wenn wir heute merken würden, dass ab morgen oder heute merken würden, dass seit gestern der Neutrinos aufgehört hat, die Sonne nicht mehr heizt, würde das einige Millionen Jahre dauern, bis wir das an der Wärme, die jetzt von der Sonne nicht mehr abgegeben wird, gespürt werden. Also es sind ganz geheimnisvolle Teilchen, die Planeten, Bigssterne durchstrahlen ohne ihre Schwierigkeit. Die können also Stahl, könnten die, ich glaube, was ist es, drei Lichtjahre lang durchstrahlen, bis eine Kollision eines solchen Neutrinos mit einem Eisenatom stattfindet. Ja, und da gibt es andere, also bis in Elektronen gibt es Geschwister, schwerere Geschwister, das Myon und das Tauon, und vom Neutrino, vom Elektroneutrino, gibt es auch zwei Geschwister. So dass wir also diese Tabelle bekommen an Teilchen, die interessante Eigenschaften haben, nämlich, dass sie vier Bi-Drehungen spüren, dass die nicht, also wenn Mathematiker und Physiker verstehen das, aber ich zeige es vielleicht in einfachem Wort, für die, die nicht von diesem Fachgebiet sind, wenn ich mich herumdrehe, ist das eine Drehung um 360 Grad, oder die Mathematiker sagen um zwei Bi, und bin ich wieder im selben Zustand. Bei diesen Teilchen, die hier links gezeichnet sind, diese zwölf Teilchen, die haben die Eigenschaft, dass man sie zweimal herumdrehen muss, damit sie wieder im selben Zustand sind. Ja, und die Wechselwirkung zwischen diesen Teilchen, die erfolgt durch die vier Teilchen, die auf der Seite stehen, durch die Photonen, die stehen in der ersten Zelle, dann die Gluonen, die machen die starke Wechselwirkung, und dann stehen hier die C-, Z- und W-Potonen. Das sind also die Teilchen, aus denen wir heute glauben, dass die Natur aufgebaut ist. Ja, und die zugrunde liegenden Gesetze sind hier aufgeschrieben, die das beschreiben. Auf der einen Seite, auf der einen Seite, die Gravitation, die Schwerkraft, die von Einstein erklärt wurde, nach einer Krümmung des Raumes. Und da gibt es eine ganz einfache Formel, in der diese Krümmung vorkommt, als R, mit ein paar Indizes dabei. Sie kennen, ja, die Temperatur ist eine einzige Zahl, die Geschwindigkeit sind eigentlich drei Zahlen, eine Geschwindigkeit hat eine Richtung, und so sind diese Größen R, die haben also auch Indizes, haben also irgendwas mit Richtungen zu tun. Und da gibt es auch eine einfache Gleichung, die die Schwerkraft, die Wechselwirkung, die Schwerkraft zwischen den Materie-Teilchen beschreibt. Und links hat Ihnen etwas ausführlich, ein Bild hingegeben, wo die Lagrange-Funktion, also die zugrunde liegende Funktion, für das Standardmodell aufgeschrieben ist. Also es ist nicht schlecht abgewildert, sondern es ist natürlich absichtlich so, dass Sie das nicht lesen können. Ich kann es ein bisschen vergrößern. Auch hier wird es noch nicht viel lesbarer. Links davon stehen die vielen Parameter. Also so beschreiben wir heute die Natur mit einem Modell, das 20 Parameter enthält, mit irrsinnig vielen Termen. Aber das ist eine perfekte Beschreibung, wie ich Ihnen gesagt habe. Aber da gibt es ganz einfache Fragen, die wir auch in der Brief beantworten können. Zum Beispiel, woher kommt die Masse von Seilchen? Naja, unsere Masse können wir schon ganz nett erklären. Nämlich, das ist die Masse von Protonen und Neutronen. Die Masse von Protonen und Neutronen besteht einerseits aus der Masse der Quarks und andererseits gibt es zwischen diesen Quarks ein Feld, das Gluronfeld, das diese Quarks zusammensetzt. Und ein Feld enthält Energie. Und Energie ist nach Einstein die Quarks zu Masse. Und in dem Fall ist das Feld so stark, dass ich merke, Konkurrenz ein bisschen ausschalten müssen. Also die Masse, aus der wir bestehen, ist hauptsächlich Feldenergie. Also das ist nicht die Masse eines Teilchens, sondern es ist Energie eines Feldes. Die ist also ungefähr zu 95 Prozent, kann man sagen, ist das Feldenergie. Aber es gibt noch kleine Körnchen in diesen Protonen und Neutronen, das sind die Quarks. Und deren Masse weiß man eigentlich nicht, wo der herkommt. Da hat man das Higgs-Teilchen, das glaubt man heute, dass diese Masse erzeugt. Aber auch das Higgs-Teilchen ist, irgendwie passt das in das ganze Standardmodell nicht so wirklich hinein. Das Higgs-Teilchen haben Sie hier an dieser Tabelle zuerst nicht gesehen. Ja, da gibt es eine andere Frage. Warum haben alle Protonen die gleiche Masse? Warum haben alle Neutronen die gleiche Masse? Ja, warum haben Elektronen und Protonen die gleiche Ladung bis auf das Vorzeichen? Die beiden Ladungen heben einander exakt auf. Also es gibt heute präziseste Messungen und bei der höchsten Gehäulichkeit stellt man immer noch fest, dass die Masse des Protons und die Masse, die Ladung des Protons und die Ladung des Elektrons bis auf das Vorzeichen gleich groß sind. Woher kommt das? Ja, dann habe ich Ihnen erzählt, dass das Elektron einen Spin hat, dass das diese zweimalige Drehung spürt und wir wissen alle nicht, was ist der Spin eines Teilchens. Ja, dann wissen wir, dass zwei Protonen, zwei Elektronen nicht am selben Platz sein können. Dass die verschiedene Zustände einnehmen können. Das ist das Pauli-Prinzip. Wir wissen nicht, woher das Pauli-Prinzip kommt. Ja, und dann gibt es eine schöne Symmetrie in der Natur. In der Elektronen haben wir das die Eich-Invarianz. Das ist eine Koordinatsthemenunabhängigkeit. Wir wissen nicht, woher die Eich-Invarianz kommt. Also es gibt viele, viele Rätsel, die Sie noch in Zukunft klären können. Sie leben ja noch ein bisschen länger wie ich. Ja, da komme ich zu einem einfachen Modell. Ich habe das hier aufgebaut. Und bei diesem Modell können wir einige dieser Eigenschaften, die ich Ihnen, einige dieser Fragen, die ich Ihnen zuerst präsentiert habe, können wir vielleicht eine Idee bekommen, wie die Antwort auf diese Fragen lauten könnte. Was ist die Masse eines Eich-Invarianz? Also, da für uns dieses Experiment vielleicht da. Ich hoffe, für die Nicht-Physiker ist es vielleicht ein bisschen schwer verständlich, ist ein bisschen abstrakt. Also, da gibt es viele Bändel, die miteinander gekoppelt sind. Also, wenn ich da ein Bändel anhebe, gehen die anderen Bändel mit. Das sind gekoppelte Bändel. An sich nichts Besonderes. So erzeugt man Wellen in der Schule und macht dann stehende Wellen und redet über die Wellenlänge, dass die dann mit der Länge zusammenhängt, dass da eine Welle drin ist, oder zwei, oder fünf, und dass man dann die Wellenlänge mit der Länge in Verbindung bringen kann. Aber bei diesem System gibt es jetzt, ja, muss ich vorher noch erzählen, gibt es eine Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wenn ich da einen kleinen Stoß mache, gibt es eine Signalgeschwindigkeit. Die Signalgeschwindigkeit ist relativ klein, ungefähr ein Meter pro Sekunde würde ich schätzen, also eine langsame Spaziergängergeschwindigkeit. Ja, die entspricht dem Licht der Lichtgeschwindigkeit. Also wir stellen uns jetzt vor, das sei dieses Signal, sei ein Lichtblitz und die Ausbreitung ist die Lichtgeschwindigkeit. Die Physiker wissen, und vielleicht auch die anderen, dass es eine Relativitätssheorie gibt, die uns zeigt, dass bei hohen Geschwindigkeiten die Naturgesetze anders reagieren und die Natur anders reagiert als bei niederen Geschwindigkeiten. Und da gibt es so schöne Phänomene, dass Gegenstände verkürzt erscheinen. Also wenn sie einen Gegenstand mit fast nicht Geschwindigkeit bewegt, dann schaut er kürzer aus. Das nennt man die Lorenz-Kontraktion. Dann hören wir, dass die Masse von Teilchen, wenn sie sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, zunimmt. Die relativistische Massenzunahme, also ein Elektron, das in der Röndenröhre mit hoher Geschwindigkeit beschleunigt, hat dann eine höhere Masse als ein ruhendes Elektron. Ich habe das nie verstanden, woher das kommt. Die Relativitätstheorie habe ich intuitiv nie verstanden. Seit ich dieses Modell gesehen habe, habe ich ein bisschen das Gefühl, ich verstehe, woher das kommt. Also da gibt es eine Signalgeschwindigkeit, wie eine Dichtgeschwindigkeit entsteht. Und jetzt will ich Ihnen versuchen zu zeigen, wie, was da passiert. Also da gibt es, wie da am Foto gezeigt ist, nicht nur Wellen, die sich ausbreiten können, sondern da gibt es auch solche komische Anregungen, wo die Pendel alle drunten hängen, dann drehen sie sich einmal herum und dann hängen sie wieder drunten. Also das könnte man sozusagen den Grundzustand nennen, sozusagen der tiefste Zustand, der Grundzustand und dazwischen sind die Pendel nicht im Grundzustand. Und das ist ein Übergang von einem Grundzustand zu einem anderen Zustand. Eine solche einfache Spirale, Spirale, ein Gang einer Schraube. Ja, und das Interessante für mich ist, dass diese einzige Anregung sich so verhält wie ein Teilchen. Also schon ein bisschen abstrahiert natürlich. Aber versuchen Sie jetzt, das zu abstrahieren. Also das ist, könnte, versuchen wir jetzt zu schauen, ob das sich wie ein Teilchen verhält. Was kennen wir von Teilchen? Also nehmen wir ein bisschen größeres Teilchen, eine PA-Kugel. Was kann man da machen? Die kann man mal schubsen, oder? Also am ebenen Tisch gebe ich der PA-Kugel einen Schubs. Also machen wir das und sehen Sie, wenn Sie da abstrahieren, dass da das nicht ganz eben steht, nur dass das vielleicht ein bisschen durchhängt. Was passiert mit diesem miesem Teilchen, dass man einen Soliton nennt, weil es so einsam ist auf der ganzen unendlichen langen Strecke, die man sich vorstellen kann. Was macht das? Das macht eine Konstante Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Leider ist es ein bisschen schießbar, aber Sie sehen, das läuft mit konstanter Geschwindigkeit. Was kann man mit einer PA-Kugel noch machen? Man kann natürlich, was tut man noch beim PA, spielt eine Kugel auf die andere Kugel. Ja, da gibt es natürlich nur eine Richtung, also es wäre sozusagen ein zentraler Stoß zweier PA-Kugel. Was passiert da, wenn ich das Weg schaffe, dass eine PA-Kugel zentral auf die zweite draus sieht? Was passiert da? Nein, das macht nicht so, sondern die eine Kugel kommt daher, die zwei einen Stoß und die fliegt weit und erst bleibt liegen. Also schauen wir, ob das da passiert. Also ich habe da ein Teilchen und dieser Zeug jetzt ein zweites Teilchen. Also, Sie haben gesehen, das erste Teilchen ist da gelegen, kommt das zweite Teilchen daher mit einer Geschwindigkeit und stups, das erste Teilchen weiter. Also es gibt so einen Stoß zwischen solchen Teilchen. Ja, dann gibt es noch was Interessantes. Ja, ich habe Ihnen über die Relativitätstheorie erzählt. Schauen wir uns mal so ein Teilchen an. So ein Teilchen kann sich mit verschiedener Geschwindigkeit bewegen. Es kann sich mit Lichtgeschwindigkeit fast bewegen. Nein, mit Signalgeschwindigkeit kann sich es nicht bewegen, sondern es muss immer langsamer sein. Und was passiert da, wenn sich das schnell bewegt? Wie sagt, ein Pendel, dem nächsten bewegt dich, indem der Abstand zwischen zwei Pendeln größer wird. Und wenn der Abstand größer wird, braucht man nur mehr weniger Pendel. Und wenn man weniger Pendel hat, ist offensichtlich, sind jetzt nicht mehr acht Pendel beteiligt, sondern nur mehr fünf Pendel. Ich habe das da am Foto, weil man das nicht so gut sieht, weil das doch schnell geht und man kann nicht so schnell mich sehen, habe ich das am Foto hier gezeigt. Leider schwer zu sehen, aber sehen wir gleich die Pendel, die in dem Bild sind von waagrecht zu waagrecht, bis eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Pendel sind beteiligt für eine halbe Drehung. Und das ist jetzt ein solches Polyton, das sich schneller bewegt. Und wenn Sie da schauen, sehen Sie die eins, zwei, drei, vier oder fünf Pendel, die jetzt beteiligt sind. Was ist das? Das ist nichts anderes wie die Lorenz-Kontraktion. Ein Teilchen, das sich bewegt, wird zusammengedrückt. gedrückt. Warum wird das zusammengedrückt hier bei diesem Pendel-Modell? Weil ein Pendel den nächsten sagen muss, bewegt dich. Also wenn das Elektron fliegt, muss sozusagen ein Teil des Elektrons dem vorne liegenden Teil sagen, hoppla, setz dich in Bewegung, der fauler Kerl. Ja, dann kann man das nächste machen. Es gibt eine relativistische Massentunahme bei den Elektronen. Kann man die vielleicht auch sehen. Man kann es nicht sehen, aber man kann es rechnen. Da sind verschiedene Energien beteiligt an diesem Pendel-Modell. Welche Energien sind das? Da ist einmal eine Potenzialenergie, dass das Pendel nach oben steht. Also eine Energie der Lage. Dann gibt es eine Spannungsenergie zwischen dem Pendel, weil die Feder dazwischen, das aufeinander gehen, eine Spannung drinnen hat. Das ist eine Spannungsenergie. Und dann gibt es noch eine dritte Energie, das ist noch die kinetische Energie, wenn Sie die Pendel bewegen. Also es gibt da drei Energiebeiträge. Und bei diesem schönen Modell kann man das einfach mathematisch ausrechnen. Das ist eine schöne Differenzialgleichung und kann man schöne Ausdrücke für die Energie hinschreiben. Was findet man, wenn sich dieses Soliton bewegt, nimmt seine Energie zu. Also das Soliton hat eine Energie, die entspricht nach einsteinender Masse. Die Energie nimmt zu, die Masse nimmt zu. Warum nimmt es zu? Weil zwei Energien zunehmen, nämlich die Spannungsenergie und die kinetische Energie nehmen bei der Bewegung zu. Die potenzielle Energie nimmt ab, weil weniger Pendeln nach oben stehen. Und das kombiniert sich genauso, dass der berühmte Gamma-Faktor 1 der Wurzel aus 1 minus V² durch C² herauskommt. Das Modell ist voll relativistisch, allerdings mit einer Geschwindigkeit von einem Meter pro Sekunde, Lichtgeschwindigkeit. Und wir können mitlaufen und sehen, wie sich das kontrolliert und wie die Masse zunimmt. Die anderen Effekte sind natürlich schwerer zu zeigen, wie, dass die Addition der Geschwindigkeiten nicht mehr so ist, dass V1 plus V2 ist. Das kann man natürlich nur mehr rechnen und nicht mehr zuschauen. So, da gibt es noch was Interessantes da. Bei diesen Teilchen gibt es zwei. Es gibt eine Rechtsdrehung und es gibt eine Linksdrehung. Ich habe Ihnen bisher Linksdrehungen vielleicht gezeigt. Und was haben wir gesehen? Zwei solche Linksdrehungen, die stoßen einander ab. Also ich kann das eine wegtreiben durch das andere. Aber sie stoßen einander ab. Ja, und da gibt es noch was anderes. Ich kann jetzt eine Rechtsdrehung und eine Linksdrehung miteinander kombinieren. Was passiert da, wenn ich die Beine zusammenbringe? Haben Sie schon, können Sie es schon erraten? Wenn Sie die Reibung ausschalten, was passiert? Ja? Üben die eine Kraft aufeinander aus? Üben eine Kraft aufeinander aus. Die anziehend oder abstoßend? Roten Sie. Die Füße hier. Anziehen. Ja, anziehen. Anziehend ist die. Und was passiert? Sie löschen einander aus, die beiden Teilchen und eine Welle geht weg. Sie erinnern sich das als Physiker, Physikerinnen an Elektropositronvernichtung oder an Photonen herauskommen. Also, wenn Sie das Modell akzeptieren, dass es ein Modell ist für Teilchen, ein Teilchen als Anregung eines Feldes, dann verstehen wir schon langsam, was könnte die Masse sein. So, hier kommen die relativistischen Effekte. Was ist eine Ladung? Eine Ladung ist eine Verdrehung hier. Also eine Rechtsdrehung und eine Linksdrehung. Und das Proton hat vielleicht eine Rechtsdrehung und das Elektron hat eine Linksdrehung. Und die Drehung muss vollständig sein. Da gibt es nicht eine halbe Drehung, sondern es gibt eine ganze Drehung. Das könnte vielleicht die Ursache sein, dass die Ladungen quantisiert sind, wie man sagt. In der Quantentheorie ist viel quantisiert, nur die Ladung ist nicht quantisiert. Quantentheorie sagt uns nicht, dass die Ladung quantisiert ist. Das wissen wir als Zusatz zur Elektrodynamik. Ja. Habe ich da noch was? Ja, das ist schon das Ende. Aber ich kann Ihnen noch ein Experiment. Haben Sie noch Zeit? Fünf Minuten? Kann ich Ihnen noch zum Spinnen was zeigen? Natürlich. Wo ist das Experiment? Irgendwo steht da hinten. Wir hören in der Physik das Seilchen eines Spin-Up. Und niemand kann sich unter einem Spin etwas vorstellen. Ein Spin hat zwei Eigenschaften. Einerseits diese berühmte 4-Bi-Drehung, dass man sich 11- und 2-mal herumdrehen muss. Damit es wieder in den gleichen Zustand kommt. Und die zweite Eigenschaft dass das Spin ein Drehimpuls ist. Ich kann Ihnen nur die erste dieser beiden Eigenschaften zeigen. Ein Teilchen das man zweimal herumdrehen muss damit es wieder in den selben Zustand kommt. Also ich habe Ihnen schon gesagt wenn ich mich einmal herumdrehe bin ich natürlich wieder im gleichen Zustand. Ein bisschen älter bin ich inzwischen geworden aber dann bin ich gleich geblieben. Wenn ich diese Kugel hier herumdrehe dann muss ich die zweimal herumdrehen damit die wieder in den selben Zustand kommen. Das Experiment ist nicht ganz einfach ich schaffe ich muss da trainieren ich habe heute nicht trainiert ich hoffe ich schaffe es. Also es ist eine Kugel die schöne Mozart Kugel war natürlich was Süßes drinnen und wenn ich die herumdrehe die ist an Fäden angehängt Sie sehen da vier weiße und vier rote Fäden dann werden natürlich diese Fäden miteinander verdreht ich habe es einmal herumgedreht und ich habe es zweimal herumgedreht und dreht sich natürlich wieder aus so jetzt muss ich aufpassen das kommt auf die Drehrichtung drauf an das ist richtig erwischt ich glaube ich muss ich drehe es meistens nach rechts also meine Behauptung lautet jetzt wenn ich die zweimal herumdrehe und die Kugel festhalte kann ich die Fäden entwirren ohne die Kugel weiter zu bewegen also die Kugel ist mit dem Rest der Welt über Fäden verbunden wenn ich sie zweimal drehe kann ich sie ohne die zu bewegen auswickeln also ich drehe sie einmal herum ein weiteres Mal und jetzt halte ich sie fest ich bewege sie natürlich ein bisschen weil ich natürlich wackele und jetzt kann ich die Fäden auswickeln ohne die Kugel zu bewegen jetzt werden wir mal schauen ob ich das schaffe also der Mozart schaut immer noch nach vorne und jetzt muss ich die vier roten erwischen und die irgendwie drüber führen Sie sehen die Fäden sind entwirrt ohne dass ich die Kugel bewegt habe was lernen wir daraus jeder Körper der mit dem Rest der Welt verbunden ist durch irgendwelche Fäden der unterliegt der Eigenschaft dass er erst nach zweimal herumdrehen wieder im selben Zustand ist ein Körper der wie ich nicht mit der Umwelt verbunden ist außer durch die Sprache oder weiter aber das ist der Wackermühe nicht der kann sich einmal herumdrehen und ist wieder im selben Zustand bei der Kugel kann ich das natürlich machen ich kann sie einmal herumdrehen und dann kann ich versuchen sie auswickeln es wird mir nicht gelingen also was schließen wir Teilchen wie da links in diesem Bild waren das sind alles Teilchen die mit der Umgebung verbunden sind und das ist die Ursache dass man sie zweimal herumdrehen muss damit sie wieder in den selben Zustand kommen als Elektron ist verbunden mit der Umwelt Sie wissen auch was die Verbindung ist Verbindung ist das elektrische Feld das Elektron hat ein Feld das man sich als Strahlen nach außen vorstellen kann und diese Strahlen verbinden sozusagen die Umwelt die anderen Ladungen mit dem Elektron und wenn ich das Elektron umdrehe dann werden diese Feldlinien verwickelt in gewissem Sinne und ab wenn ich sie zweimal herumdrehe dann können diese Feldlinien sich herumbewegen und das Elektron wieder ausrichten also das ist etwas wo wir sehen was das BIN sein könnte die Physik erklärt es uns heute noch nicht aber Sie haben noch viel Zeit um über solche Probleme nachzudenken so, danke wenn Sie noch Fragen haben können wir gerne noch ein bisschen diskutieren für Physiker nicht Physiker vielleicht ein bisschen schwer verständlich oder das letzte aber wir können ja privat noch ein bisschen reden für mich Theoretiker auch schwer verständlich schon? ja wo haben Sie Probleme gehabt? echt mit der Krawatte finde ich der Blick vom Badlrecht genau die Krawatte ist nichts anderes als einer dieser Fäden ja aber es ist leichter zu sehen einfach mit den Fäden ja ja aber bei der Krawatte ist ja so die ist ja nur an einer Stelle angehängt da kann man auch zweifeln ja die zweite Ecke das zweite Ende ist ja nicht festgehängt jetzt kann man natürlich einen Faden nehmen also eine die Krawatte unten und oben festmachen und dazwischen das verdrehen und da sieht man es auch aber es geht eben nicht nur in einer Linie Bindung ist sondern dass das eine Verbindung rundherum ist aber die Dreherichtung hat das bedeutet ja 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 sicher das kann man so drehen oder kann man so drehen das muss natürlich verschieden auswickeln also Sie haben ja gesehen ich habe da bestimmte Bewegungen gemacht und wenn ich es auf die andere Seite drehe muss ich es geht in beide Richtungen ja ja das ist symmetrisch es gibt keinen Grund warum eine Richtung ausgezeichnet ja da gibt es also weil Sie gerade erwähnt haben gibt es natürlich auch den Gürteltrick und so weiter das ist alles dasselbe es beruht auf dem ja mathematisch wenn ein Mathematiker da ist worauf beruht das mathematisch? die SU2 das ist die Gruppe SU2 die hat was mit einer die Gruppe die Drehgruppe hat was mit einer Kugel zu tun in vier Dimensionen einer sogenannten S3 wir können uns die Kugel vorstellen in drei Dimensionen die Erdkugel aber wir können uns die Kugel in einer Dimension höher mathematisch vorstellen und so eine Drehung wie hier das wäre ein Kreis auf dieser Kugel auf der Erde wäre es einfach vom Nordpol über den Äquator zum Südpol und wieder zurück das ist sozusagen eine Drehung eine 4pi Drehung also das wäre dann das würde 4pi Drehung entsprechen und diese Drehung die kann man sozusagen verkleinern man kann die Drehung ja man kann dieses Lasso um die Erde kann man herauf bewegen und wegdrehen na vielleicht das Glas Wasser kann ich ja gleich verwenden da zeige ich Ihnen diesen Übergang von der 4pi Drehung zu keiner Drehung also einer dieser Fäden oder die Krawatte wäre jetzt wäre jetzt da mein Arm also das ist jetzt die Mozart Kugel und das ist das Gestell so und jetzt drehe ich die Mozart Kugel um 4pi Drehung und mein Arm hält das aus also das ist der Faden drehen wir das so rum hoffentlich schaffe ich es mein Vater hat mir das schon als Kind gezeigt ich habe es bewegt so jetzt bin ich hinten Sie sehen ich muss da unten durch jetzt schaut es wieder nach vorne sehen Sie was ja jetzt gehe ich weiter und jetzt dreht es wieder nach vorne also ich habe zweimal rumgedreht also ist man kann zweifache Drehungen kann man auswickeln aber nicht einfache Drehungen und Sie sehen die Mozart Kugel hat sich sozusagen oder das Glas hat sich zweimal herumgedreht zwischen einer 4pi Drehung und keiner Drehung auf einer Kugel kann man ein Lasso das ist die 4pi Drehung zusammenziehen zu gar nichts man kann das Lasso hinaufziehen und dann ist ein Punkt und gar nichts also das wäre sozusagen was das Glas macht ist die Drehung um die ganze Kugel was der Ellbogen macht das ist sozusagen ein kleinerer Kreis mit der Krawatte was war noch unverständlich für Sie? viel gut also danke, danke für die Aufmerksamkeit vielen Dank 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.